Musik Ja, perfekt. Sehr gut. Ganz entspannt. Und schau zu mir. Genau. Sinnlich. Und ein bisschen die Lippen öffnen. Nein, nein, ich kann das nicht. Das ist total affig. Ich bin doch kein Pinna. Du schaust total sexy aus. Die Bergauer-Susse, die hat übrigens so ihren Mann gefunden. Willst du mich jetzt mit der Bergauer-Susse vergleichen? Also so verzweifelt bin ich noch nicht. Ach Anna, komm, eine Runde noch. Ich brauch den Auftrag. Einmal noch. Und denk dran, hunderte attraktive, einsame Jungbauern werden dich sehen. Give it to me, Baby. Sag mal, was macht ihr da? Fotos für den Bäuerinnenkalender. Habt ihr da Birnen in dem Baum gehst? Die gibt's doch im Juni gar nicht. Die Anna ist der September. Aber du weißt schon, dass das ein Apfelbaum ist, oder? Komm, Anna, helf mir lieber. Das Gras ist trocken. Komm, Anna! Ja, meine Mann! Schau dann jetzt zu mir! Komm, komm! Da! Ja, ja, ja. Sehr gut. Auf geht's! Wuhu! Elisabeth! Ja! Servus, Moni! Danke! Servus! Servus! Oh, Jesus! Was ist denn los? Für Gottes Willen, Elisabeth, ist was passiert? Ja. Herbert hat uns zu seinem 70. eingeladen, nach Australien. Auch mit Zweck. Und wir fahren hin. Ja, jetzt warte erst einmal. Warten? Worauf warten? Auf Herbert's 80. Na, jetzt macht er nicht so'n riesen Ding draus. Also zwei Wochen schaffe ich den Hof doch allein. Los, Hans. Sag's ihr. Jetzt oder nie. Ich glaub, ich pack's dann einmal. Was denn? Wir... Ja, wir wollen... übergeben. Wir wollen aufhören, Hans. Ja, weißt schon, einmal ein bisserl Urlaub machen und... Aufhören. Wir wollen aufhören. Tja, dann wird's Zeit, dass du endlich deinen Jungbauern findest. Könnt ihr nicht einfach sagen, so? In drei Monaten sind wir weg. Schau zu, wie du klarkommst. Ja, na... Doch, das können wir. Elisabeth! Es wird langsam Zeit, dass du die Verantwortung für den Hof übernimmst. Jetzt, Moment einmal. Das ist nicht fair. Ich arbeite wie eine Wahnsinnige. Ich hab doch die Verantwortung. Ja, aber nur, wenn's dir passt. Aber wenn du was vorhast am Wochenende, ja, dann müssen wir immer ran. Aber wir werden nicht ewig da sein. Elisabeth, jetzt red doch nicht, als wären wir schon mit einem Bein im Grab. Ich kann immer noch helfen. Ah ja, seit Jahren versprichst du mir, dass wir aufhören und dass du mit der Anna redest. Und immer gibt es einen Grund, noch einsamer zu warten. Ja, im letzten Jahr war der Umbau und im Jahr davor hat die Anna mit den Schweinen angefangen. Seit Jahren war ich nicht mehr bei meiner Familie, seit wir verheiratet sind. Elisabeth, jetzt seid ja nicht kindisch, wir fahren ja nach Australien. Und wie stellt ihr euch das vor? Ja, ich meine allein, allein werde ich den Hof nicht schaffen. Ja, das ist jetzt ein Problem. Du hast studiert und es war immer klar, dass du den Hof übernehmen willst. Wir möchten auch mal ausschlafen, mal Freizeit haben. Und was soll ich jetzt machen? Die Katrin hat's doch schon gesagt. Mama, das war ein Witz. Wo soll ich denn auf die schnelle Mann auftreiben? Einen zum Heiraten. Du hattest genug Möglichkeiten, aber du hast ja keiner gut genug. Okay ... Hier bin ich noch. Mama ... Ja... Jetzt schau sie dir doch wenigstens mal an. Der hier zum Beispiel, der ist fesch. 1,83 groß, 75 Kilo, athletisch. Okay, schon 45. Katrin, ich will keinen Mann aus dem Internet. Jetzt tu doch nicht so. Das ist heutzutage völlig normal, das macht jeder. Wieso suchst du dir dann nicht einen? Weil ich keinen mehr will. Das ist doch Quatsch. Ja, Alleinerziehend mit Kind, darauf stehen die Typen. Halt' da mal. Hallo, Spatz. Oh Gott, Milchstürmer, 34 aus Oberbayern. Ammoniebedürftig, diplomatisch, diplomatisch, Platzhirsch. Hast die Hausaufgaben schon fertig? Ostikus aus Oberfranken. Wunschrecht. 1,85, 74 Kilo. Fischemann ist leidenschaftlich, gefühlvoll. Das ist doch alles so schön. Das können wir nachher, wenn ich heimkomme, noch ein bisschen raus. Ja, mach ich. Servus. Weiß, ich suche einfach nur einen netten Bauern, den ich heiraten kann, mit dem ich Kinder kriegen kann, der mit mir den Hof bewirtschaftet. Das war früher der Minimale Anspruch ans Leben. Spatzel, du suchst einen Mann, der attraktiv ist, charmant, humorvoll, intelligent und gut im Bett. Und dann soll er natürlich auch noch ein hingebungsvoller Vater sein und ein guter Bauer. Ein Bio-Bauer. Ja, Bio-Bauer. Eierlegende Wollmichsau. Ja, genau. Na, du brauchst einen, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Besser, du bist gar nicht so verliebt. Da wird man eh nur betriebsblind. Meinst? Ja, klar. Alles andere endet früher oder später in Enttäuschung. So, ich richte dir jetzt hier ein Profil ein. Es wäre doch gelacht, wenn da nichts geht. Anna, wo willst denn du hin? Mir einen Mann suchen. Das wolltest du doch. Ja. Ja, hübscher ist das. Vielleicht ein bisserl... Rieche ich noch nach Kuschel? Nein, eher nach Parfümerie. Zum Ecken bin ich wieder da. Gut. Oh, mir ist ganz schlecht. Wieso? Also, du rufst mir die zehn Minuten an, ja? Vorsichtshalber. Ja, mach ich. Was mach ich denn, wenn er toll ist? Ja, dann passt's doch. Oh Gott, da ist er. Na, der schaut doch ganz okay aus. Naja, die Gefahr, dass er mir gefällt, sehe ich jetzt nicht. Du hast ihn doch noch nicht einmal von vorn gesehen. Aber der Hinterkopf, der reicht mir schon. Jetzt sei nicht so kompliziert. Manchmal sind die, die man auf den ersten Blick nicht so scharf findet, die besten. Hallo, komm, Blume. Ah. Hallo. Hallo. Ich hab gedacht, du bist ein Bauer und nicht ein Brauer. Brauer, Brauer. Da hab ich mich total verlesen. Ja, da kann man sich schon mal verlesen. Also, ich find's wahnsinnig Interessantes mit dem Bierbrauen. Wieso willst du denn aufhören? Ja, bist du schon mal in einer Brauerei gewesen. Das stinkt, die Brühe. Puh. Also, stinken tut's bei mir auch. Ja, aber am Land. Am Land ist das ja ganz was anderes. Da wachst du in der Früh auf und dann machst du das Fenster auf. Du bist sicher total sexy in deinem Bäuerinnen-Outfit. Äh, sexy? Mhm. Also, weißt du, der erste Weg morgens führt den Stall. Das ist jetzt wirklich nicht so sexy. Du hast sowas Natürliches. Ich mag das. Du kannst mich ja mal besuchen kommen auf meinem Hof. Ja. Das wär ja auch was für die Kinder. Ja, so Kinder könnte ich mir sehr gut vorstellen auf dem Hof. Super. Weil ich hab ja jedes zweite Wochenende meiner Kinder aus erster Ehe bei mir. Ach, du hast schon Kinder. Ist das ein Problem? Nein. Nein, nein. Das ist kein Problem. Weißt du, die meisten, die mögen ja keine Geschiedenen. Schon gar nicht mit zwei Ex-Frauen. Ah, noch eine? Ja, mit Miriam versteh ich mich super. Also, seit wir geschieden sind. Mhm. Und die Zwillinge, die teilen wir uns ja auf. Eine Woche sie, eine Woche ich. Also, keine Angst mehr. Kinder sind da nicht. Ich hab mich dann nämlich sterilisieren lassen. Werder, du Frau Tier, komm jetzt mal hoch. Elisabeth, sei mir nicht böse, aber Internet-Dating, das ist doch ein Schmarrn. Davon verstehst du gar nichts. Was gibt's jetzt da bitte nicht zu verstehen? Die jungen Leute heute, die suchen halt viel spezifischer. Lernen sich im Chat kennen und schauen erst mal, ob sie sich interessant finden. Ja, aber da kann ich doch das Blaue vom Himmel runterlügen. Von wegen, wer ich bin und was ich kann. Die Anna, die muss sich endlich entscheiden. Und dann kommt's mit einem daher, der hier alles auf den Kopf stellt. Ja, und wenn schon, dann ist es der Anna ihre Sache. Der Hof gehört immer noch mir. Aha. Jetzt sag ich dir mal was, mein Lieber. Ich glaub, du willst gar nicht übergeben. Elisabeth, jetzt sei halt nicht gleich so. Seit über 30 Jahren lebe ich hier mit dir. Jeden Tag diese Kühe auf die Weide melken. Die Kartoffeln, die Wiesen, ich mag's ja. Aber ich möchte endlich mal wieder mit meiner Familie zusammen sein. Die, die noch übrig sind. Und mit ihnen reden. Nicht nur am Webcam. Entschuldigt, ich bin ein bisschen spät. Ah, da war wohl nix. Bist du noch sauer? Die meiste Arbeit machen die Schweine. Verkaufen wir sie eben wieder, dann schaff ich's auch allein. Ja, spinnst du deine Schweine. Ha, wenn ihr mich so unter Druck setzt. Jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Das schaffst du mit und ohne Schweine nicht allein. Du brauchst jemanden, so oder so. Ich dachte... Ich mein, der Opa hat auch bis zum Schluss. Du kannst doch ohne die Arbeit hier ganz leben. Nein, die Mama... Weißt du, ich hab ihr halt versprochen, wenn du einmal so weit bist, dass wir dann nochmal auf Reisen gehen. Ich bin aber noch nicht so weit. Dann sag's der Mama. Meinetwegen können wir gern noch ein Jahr warten. Sag's der Mama, sag's der Mama. Du... Wir waren doch am Chiemsee, die Mama und ich. Beim... Schmiedinger selbst, seiner Beerdigung. Der Andi hat den Hof gekriegt, gell? Na klar, du bist der Ältere. Na ja, aber für den Ludwig ist es halt blöd. Meine Mutter hat erzählt, dass er bis zum Schluss gehofft hat, dass der Vater ihm doch noch den Hof gibt. Willst du mich jetzt mit dem Ludwig verkuppeln? Ach, Schmarrn! Ja, aber du könntest dich ja einmal mit ihm treffen, oder? Ja. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Hof. Ich mein, das ist doch für dich auch nicht schön immer allein, oder? Jetzt darf ich mir mein zukünftig noch nicht mal mehr selber aussuchen. Hab's doch schon eh Vertrag aufgesetzt. Ja, den brauchst du ja sowieso. Nicht nur wegen dem Ludwig. Ist ja wie im Mittelalter. Nein! Der Ludwig, weißt du noch, der mich damals mein Kaninchen ertränkt hat? Ha! Nicht lustig. Es war gar nicht lustig. Ja, aber damals, da waren wir Kinder. Hast du ihn seitdem überhaupt schon mal wieder gesehen? Einmal Idiot, immer Idiot. Ja, dann hilf nur noch www.habbauernlieb.de Ach, Mann! Ach, du Scheiße. Der Herr Pilot. Ach, ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Hab ich sie jetzt am Auge erwischt? Ach, sie haben ja ganz schön Zug drauf. Das schwillt ja an. Haben Sie einen Lappen? Lappen? Ja, nass zum Kühlen. Einen Lappen? Ja, es tut mir leid. Bitte kommen Sie mit. Ist das schlimm? Ne, es geht schon. Danke. Kein Weichei. Ja, wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Ich pack Ihnen was ein. Radieschen, die mögen es doch so gerne. Oder rote Fete. Die haben sie doch schon so oft bei mir gekauft. Wissen Sie was? Ich pack Ihnen einfach von allem etwas ein. Ich, äh, wollte eigentlich nur Kartoffeln kaufen. Entschuldigung, ich hätte Sie auch fragen können. Aber Kartoffeln. Ach so. Mehlig oder festkochen? Für Gratin. Kriegen Sie Besuch? Ja, ich, also ich dachte nur. Weil das ist ja für einen allein doch ziemlich aufwendig. Ja. Nein. Krieg keinen Besuch. Sonne, das ist ja gut. Also Quatsch. Warum sollte jemand wie Sie keinen Besuch kriegen? Mit Festkochen wird es besser, wenn Sie mich fragen. Das Gratin. Ach so, ja. Danke. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Denk nicht einmal dran. Das ist kein Bauer. Das ist sowas von kein Bauer. Bravo. Warst du sehr gut heute? Hat sie zum ersten Mal Kohl nach dir geschmissen. Was habe ich davon? Kilo Kartoffeln. Willst du welche haben? Zwei Espresso, bitte. Du, Espressi. Sag ich dir was, bei uns zu Hause, wenn eine Frau schmeißt Gemüse nach dir, sie ist verliebt. Aber die hat mich nach mir geschmissen. Ah no? Ne. Schade. Ist das so süß, ne? Kannst du mir Espresso machen? Mit Espresso kannst du nichts schlafen. Kannst du sowieso nicht schlafen. Was sind jetzt mit den Kartoffeln? Was ist denn für Kartoffeln? Festkochen. Na, ist ja nichts. Nimmst du selber. Weißt du, wann der Tierarzt zum Impfen kommt? Die Flüge sind schon wieder teurer geworden. Die Rechnung vom letzten Quartal müssen wir auch noch zahlen. Da war gestern schon die Mannung im Prüfkasten. Die Sache mit dem Impfen, das hat die Anna ausgemacht. Elisabeth. Ich habe nachgedacht. Wegen Australien. Ja, ich verstehe doch nicht so gut Englisch. In all den Jahren hättest du es ja schon mal ein bisschen lernen können. Ja, hast du recht. Und deswegen mache ich jetzt einen Kurs. Im Ernst? Ja, freilich. Ja, oder meinst, wenn wir auf Reisen gehen, dann will ich neben dir sitzen wie ein Hakstock und warten, bis man du alles übersetzt. Dann fahren wir. Ja, klar. Sobald es eine Lösung für den Hof gibt. Wie jetzt Lösung? Vielleicht warten wir einfach noch ein Jahr. Auch wegen meinem Englisch. Dann fahren wir halt zum Herbert zu den 71. Wir können dich auch nur einen Moment dran glauben, dass du an der Sache nachgibst. Du willst doch gar nicht weg von hier. Elisabeth. Die Anna hat seit Jahren keinen Mann mehr gedatet. Meinst du, die findet ausgerechnet jetzt so schnell jemanden? Die Anna braucht den Druck. Aber nicht jetzt sofort und nicht ohne Hirn. Und das ist mein letztes Wort. Dein letztes Wort? Dann sag ich dir jetzt mal was. Ich fahr zu meinem Bruder nach Sydney. Wenn halt ohne dich. Und ob ich wiederkomm? Who knows? Who knows? Who knows? Was heißt denn das jetzt? Hallo, bist du die Anna? Ich bin der Rainer. Grüß dich. Oh Mist, ich habe ich völlig vergessen. Anna und Cappuccino. Sie. Zwei, bitte. Du, das ist eine geile Location hier. Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Komm, wir haben nicht uns da gefunden. Na, hier, komm. Ich bin noch voll auf Adrenalin. Ich bin heute in anderthalb Stunden von Stuttgart daher. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Anna, ich würde mal sagen, Karte auf den Tisch. Ich habe mal deinen Hof gekugelt. Und das ist eine saugute Lage. Aber rentabel ist der so halt nicht. Ich glaube, das ist nichts mit uns. Warte mal. Du musst dein Land als Baugrund ausweisen lassen. Hammer Rendite. Ja, aber da brauche ich ja dich nicht für. Komm, sei nicht gleich so. Über meine Bank habe ich wirklich Wahnsinnskontakte. Und bis das durch ist, Bio-Sprit. Vergiss die ganze Viecher das erste Mal. Da. Anna, weißt du, wo ich dein Foto gesehen habe? Ich sage nur, pure Elektrizität. Mir war sofort klar, das ist die richtige. Was meinst du jetzt? Ah! Magst du ein Prosecco vielleicht? Anna! 2 Prosecco bitte! Anna! Ich habe dich überall gesucht. Ja. Ja, du tut mir leid. Aber das mit uns ist wirklich kein Sinn. Das hätte ich auch gleich sagen können. Ur Cappuccini. Prosecco kommt gleich. Anna! Internet-Date? Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Si. Naja, Piloten sind, was Beziehungen angeht, nicht gerade der Brüller. Sagt wer? Meine gescheiterten Beziehungen. So. Das macht mich jetzt aber neugierig. Sagen wir mal so, ich kann anscheinend sehr distanziert sein mir. Wurde auch schon Gefühlskälte vorgeworfen. Und? Stimmt's? Der einsame Wolf. Wuhuuu! 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 Hörn Sie auf! Wuhuuu! Hörn Sie mal auf! Und Sie, warum haben Sie keinen Mann? Ich meine, Sie sehen jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich hab halt auch so meine Eigenheiten. Ich geb's nur mit Hof. Und es gibt nicht viele Männer, die sich das freiwillig antun. Na, ist doch toll. Ich meine, Sie arbeiten draußen. Ich bin in der Kabine. Bitte, jetzt fangen Sie nicht auch noch so an. Alle schwärmen immer vom Land leben, wie idyllisch das alles ist. Haben Sie schon mal ne Kuh von hinten gesehen? Bei uns stinkt's. Man hat nie frei. Wochenende, das kennen unsere Viecher nicht. Und das will keiner. Tja. Tja. Ich muss dann. Ja, ja. Ich auch. Danke nochmal. Papa! Wisst ihr was? Diese ganze Männersuchaktion, das ist doch ein Schmarrn. Ich hab mal gerechnet. Was denn? Es geht ja ganz konkret um die Hilfe auf dem Hof. Ich brauch doch nur ein Geselleneinstellung oder sowas. Das ist viel zu teuer. Der kostet 3.000 Euro brutto im Monat. Das macht nach Adam Riese aufs Jahr gerechnet. Fast 40.000 Euro. Das ist doch ein Wahnsinn. Plus Minus mit den steuerlichen Vergünstigungen, das ist... Und wovon willst du das bezahlen? Ich geh morgen auf die Bank und nehm Kredit auf. Du wirst nicht kriegen. Wieso denn nicht? Keine Bank der Welt gibt einer ledigen Bäuerin mit Eltern im Rentenalter einen Kredit. Ihr wollt gar nicht, dass das klappt. Jeden Vorschlag, den ich mach, macht ihr kaputt. Elisabeth, mir reicht's jetzt langsam. Alles nur wegen dem bisschen Australien. Wie bitte? Jetzt bin ich wieder schuld. Sag bitte einmal in deinem Leben, was Sache ist. Einmal. Wir haben schon Schulden auf dem Hof. Wie bitte? Na ja, der Umbau vom Wohnhaus damals, die Modernisierung vom Kuhstall. Das wär doch ohne Kredit überhaupt nicht gegangen. Ach, wieso habt ihr nicht einmal mit mir darüber geredet? Weil der Papa sein Mädchen immer schonen will. Und jetzt muss ich irgendeinen Idioten heiraten. Weil ihr eure Kredite nicht zurückzahlen könnt. Komm, ich spinne. Magst nicht doch mal den Ludwig anrufen? Also Ludwig, was soll ich denn mit Ludwig? Dann rufe ich auf keinen Fall an. Ja, ihr seid meine Süßen. Seid meine Süßen. Ihr seid meine Süßen. Ja. Tja. Einen Tod muss man sterben, was? Hallo Frau Schmiedinger. Bist du vielleicht noch Anna? Ja. Könnte ich den Ludwig sprechen? Was willst du denn jetzt mit dem Ludwig? Ich will ihn mir wenigstens mal anschauen. Dass du mit dem Idioten-Idioten-Kinder kriegen kannst. Deine Worte. Was soll ich denn machen? Soll ich den Hof verkaufen? Feuerin ohne Hof. Deswegen lässt dich jetzt von deinen Eltern verkuppeln. Das Internet-Dating war auch nicht besser. Du hast dir ja gerade mal zwei angeschaut. Und diesmal zwei zu viel. Was willst du denn jetzt mit dem Lauch? Nein. Nein. Ludwig? Ich habe diesen Treffen nur eingewilligt, damit meine Mutter endlich Ruhe gibt. So leid es mir tut. Aber das mit uns, das wird nix. Ludwig? Die Anna. Als meine Mutter mit dir angefangen hat, hätte ich ja fast kotzen können. Ja, das ging mir auch so. Weißt du eigentlich, dass ich wegen deines Scheißhasen drei Wochen lang Hausarrest gekriegt habe? Ja, richtig so. Ich weiß gar nicht. Mein blöder Bruder hat deine Knückel erträgt. Ja, das kann ja jeder behaupten, 20 Jahre später. Stimmt aber. Die Katrin hat dich aber gesehen. Das war die Blonde mit der Saunlücke, oder? Ja, die ist aber weg. Also die Lücke. Die ist jetzt Fotografin. Arbeitet bei mir am Stand ab und zu und hat ein Kind. Ah, okay. Ja, macht ja nix. Ja, aber es war echter Andi. Ich schwöre. Die Waschen, die du mir damals gegeben hast, die hat mich beeindruckt. Ich habe mich aber gebessert. Ich schlag keine Männer mehr. Na, Schwamm drüber. Oh Mann. Von den Eltern verkuppelt sind wir eine. Ich habe dich angerufen. Ja, auf sowas, da lasse ich mich normalerweise überhaupt nicht ein. Aber jetzt, als mein Vater gestorben ist, da... Ich weiß, es tut mir wahnsinnig leid. Nein, das passt schon. Ich hätte jetzt mal unsere Mütter bei der Beerdigung sein sollen. Ich habe schon Albträume gehabt, wie die mich vor den Trauertaschleifen. Seid mal bitte nicht böse, aber ich habe ja gemeint, eine ledige Bäuerin in deinem Alter, das wäre schon so ein verschrumpelter alter Jungfer sein. Ich habe auch geglaubt, du bist so ein Idiot wie der Rest deiner Familie. Ja. Wann bist du da gestanden? Ja. Magst du noch eins? Ja. Sauber sage ich. Anschließend. Ja. Also, dass du mich bist. Entschuldige, ich habe gedacht, ich hätte etwas gehört. Du... Anna, nochmal wegen unserem kleinen Streit. Ach, Papa, ich sag's wirklich nur ungern, aber du hast recht gehabt. Der Ludwig, der ist ein Pfundskerl. Sie sind aber früh auf dem Bein. Ich kann nicht schlafen, Jack-Lack. Dann wären Sie ja der ideale Bauer, 5.30 Uhr melken. Kann ich? Achso, ja. Gehen Sie dann im Essen? Heute? Ja. Ich hol dich hier ab, 8 Uhr. Ach, so weit sind wir schon. Du, er hat mich geküsst, nicht ich ihn. Ja, ihr habt schon gesehen, wie du dich gesträubt hast. Das war ein Abschiedsküsschen. Ah. Du, Papa, die Katrin, die hat mich gefragt, ob ich heute Nacht auf die Romy aufpassen kann. Mit einem Fotojob. Nachts? Ja, für so eine Gala. Leute fotografieren und so. Achso, ja, ja, dann... Ja, das... Geh nur zu, von mir aus. Es wird spät, aber zum Melken bin ich wach, ja? Schlauch dich aus, das passt schon. Fertig. Fertig. Also dann, gut nach. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich sie jetzt tot gebissen. Du musst gar nicht mehr essen. Ich habe auch schon einen Wurm gegessen. Und, schmeckt es wie einen Wurm? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war sieben. Anna, jemanden wie dich habe ich noch nicht kennengelernt. Du bist wirklich so unkompliziert. Ich bin total kompliziert. Glaub mir, ich weiß, welche Frauen kompliziert sind. Ja? Sag mal! Anna, das ist, äh... Lina. Lina, das ist Anna. Schöner Anna. Ja. Kannst du das bitte abholen? Ja, das war Lina. Lina. Lina, ja. Lina war L.A. Stop over Philadelphia. Wir arbeiten zusammen. Arbeiten. Okay. Du denkst, ich bin ein Arsch. Also, wenn du gehen willst, ich kann es verstehen. Ich habe Hunger. Was ist also Violetta? Ich habe es schon dreimal bei mir gekauft. Du hast mitgezählt? Kann auch nur zweimal gewählt und sein. So, ich glaube, es ist Zeit für ein Geständnis. Anna, ich koche nicht. Kann gar nicht kochen. Meine Küche ist zu klein und ich habe mich mal ein Kartoffelschillmesser. Aber warum hast du denn dann das ganze Gemüse bei mir gekauft? Scheiße, jetzt mach schon auf. Wer ist denn da? Ich bin's. Anna? Ja, mach auf. Was du für Sachen machst. Dein Vater hat übrigens angerufen. Der wollte dich irgendwas fragen. Ich habe erst gar nicht kapiert, wovon er redet. Oh Gott. Ja, dann irgendwann schon. Ich bin ja nicht blöd. Aber du musst mich schon einweihen, wenn du sowas machst. Es tut mir leid. Hallo. Der ist Pilot. Du suchst einen Bauern. Einen Bauer. Ich weiß, dass ich einen Bauern suche. Deswegen bin ich ja auch gegangen. Das war eine Nacht. Er ist nicht drin. Das war's. Richtig. Sag mal, wie war's eigentlich mit Ludwig? Gut. Gut war's. Also kein Idiot? Nein, kein Idiot. Sowas von kein Idiot. Der hat mich heute Abend zum Konzert eingeladen. Gut. Bei dem Piloten. Den kannst du haken. Bei uns ist ein Sprichwort. I va piano, va sano y lontano, pero per del treno. Bist du langsam, bleibst du gesund, aber du verpasst die Zug. Welchen Zug? Du siehst aus wie einer, der verpasst hatte die Zug. Die ist einfach gegangen. Sie hat mir einen Zettel geschrieben. Immerhin. Das mache nicht mal ich. Rufst du sie an? Ich hole mir nicht noch eine Abfuhr. Das habe ich nicht nötig. Ah, naturalmente, no. Bist du Pilot, hast du alle Möglichkeiten. Genau. Ciao. E dai, warte. Zai di al infare di mezzo il mare. Zwischen Reden und Tun liegt ein Ozean. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Grazie. Dieses Lied ist ganz neu. Es handelt von einer Frau und einer Sau. Und als ich das Lied geschrieben habe, musste ich immer an eine denken, die mir zurzeit den Schlafraubt, die Fechtnummern hat. Du bist der Mädel vom Land, der ganz schönste dazu. Ich hab dich einmal gesehen, es läuft vorbei, ich höre nicht in Ruhe. Ich muss alle an die denken, mein Tag und mein Nacht. Kann es sein, dass ich dich vielleicht ein kleines Bissl machen. Liedschenblaue, ja. Aber du bist ein kleines Bissl, dein Schlafraubt, dein Schlafraubt, dein Schlafraubt. Das kann ja wohl nicht sein, ach so wie du stinkst, kriegst du mein Madel, denn ich glaub du spinnst. Lern in der Hose schwemmer, tausch an's saustell gegen mein Schlafzimmer, Fingern weg, kommt der Lauf auf, Die Kinder solltet ihr die Oberstauern. Der Lauf auf, der Lauf auf, Der Lauf auf, der Lauf auf, Ich frau mich gar nicht, ist die Mama's eh eine halbe Stunde wach. Ach du Armer, du musst noch so weit fahren. Na ja, das packe ich schon. Es war echt ein lustiger Abend. Ja, allerdings. Ja, dann komm gut heim. Ja, du auch. Ich bin daheim. Stimmt. Ja, dann. Anna, ich möchte mir irgendwann mal gerne deine Schweine anschauen. Ja, dann komm halt. Wir haben grad sieben Ferkel. Ihr werft die rum? Ja. Bist du noch müde von gestern Abend? Was? Ach, kein Kommentar. So, auseinander. Und? Habt ihr... Ich hab den grad zweimal gesehen. Ja, das hat dich doch beim Piloten auch nicht gestört. Den will ich auch nicht heiraten. Das ist so. Das passiert eben. Ja, aber bevor ihr heiratet, also du und der Ludwig, das solltet ihr vielleicht schon mal vorher... Kann man das Thema wechseln? Ja, bitte. Ja, wie ist er denn so? Wer denn jetzt? Na, der Ludwig natürlich. Kannst du ihn dir ja anschauen. Der kommt gleich. Die Mama hat ihn zum Kaffee eingeladen. Die Mama hat ihn übrigens gegoogelt. Gegoogelt? Naja, ich kann dir ja nicht in dein Unglück rennen lassen. Aber... Was? Also mir war gar nicht klar, der ist eine richtig gute Partie. Weißt du, wie groß dem sein Hof ist? Das ist der Hof von seinem Bruder. Naja, der hat doch zumindest den Pflichtteil geerbt. Das ist ein Achtel von allem. Und wenn die Mutter erst einmal nimmer... Nein. Also gut. Wie groß ist der Hof? Mindestens viermal so groß wie eurer. Puh. Weißt du, was die allein an Subventionen einstreichen? Ich würde den nie nur wegen dem Geld nehmen. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, ihr versteht's euch gut. Deine Eltern sind begeistert. Ihr werdet auf einen Schlag alle eure Sorgen los. Das sieht verdammt gut aus. Ja. Oh Gott. Was machst du denn? Tja, so einfach ist das nicht. Georg. Georg, bitte. Du musst wieder fahren. Ich glaub, wir müssen reden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fahr da hoch. Bitte, fahr da hoch. Sophie! Ja, so eine Überraschung. Ich dachte ja, der Ludwig kommt allein. Wir haben uns ja noch gar nicht für den Kranz und für die Kondolenzkarte bedankt. Gerne. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja, also schön habt ihr es hier. Ja. Da drin im Stall habt ihr einen Umbau? Ja. Voriges Jahr haben wir den ganzen Spaltenboden neu aufräumen lassen. Besserer Halt für die Kühe. Ja. Weniger Stress, mehr Milch. Ja. Da seid ihr immer noch in der Molkerei gelassen. Ja schon. Aber das Hauptgeschäft ist das Gemüse mittlerweile. Bio. Aha. Gemüse. Und ist das rentabel? Was die Mama meint, sie dort gehen in eure Buchhaltung einzeln. Also. Da. Der Ludwig. Servus. Ja, die Zeit ist weg, Katrin. Grüß dich. Grüß dich, Frau Schmiedinger. Ist da eine richtige Stadt pflanzen worden? Sogar mit Ableger. Nee, ich hab's schon gehört. Ja, alleinerziehend. Aber du wirst es sicher auch noch erfinden, oder? Das finden wir noch nie das Problem. Muss wieder loswerden? Ah. Magst du mal stolz sein? Ja. Die Lisa kalt heute. Ja, das wird halt noch was werden. Magst du einen Kaffee, Sophie? Ja. Gerne. Ja. Naturtalent. Ja. Du, von mir hat's das nicht, gell? So. Und wem da an? Äh. Vom Vater. Nein. Er ist zahnarzt. Ein Bauer kommt mir nicht ins Haus. Das ist ja mal eine Ansage. Einer hat gesagt, du bist Fotografin, oder? Ja. Aber es reicht halt hinten und vorne nicht, gell? Ja, ich weiß schon, das ist wie bei mir mit Musik spielen. Kann ich auch nicht davon leben. Wo ist denn eigentlich die Anna? Die ist... Die hat Hexenstich. Äh. Äh. Bienenschuss. Achso, die ist allergisch. Ja. Aha. Ganz schlimm. Das ist richtig angeschwollen, gell? Echt? Die will jetzt auf gar keinen Fall, dass du sie so siehst. Mama. Äh. Ja, äh, Romy. Die Kälbchen, die haben noch Hunger, glaub ich, gell? Ich hab die da vorher gerade draußen gesehen, oder? Anna? Ja? Nein, das kann nicht sein. Ich flieg morgen in die Karibik. Willst du mitkommen? Ja, klar. Karibik. Ich kann hier nicht weg. Das mit uns beiden, das bringt doch nichts. Ich da auf dem Hof. Du, irgendwo. Also lieber gleich ganz alleine bleiben, ja? Ich mein, das hätte auch von mir kommen können. Wer sagt denn, dass ich alleine bleib? Ach, gibt's schon jemanden? Ja, vielleicht. Scheiße. Ey, warte doch mal! Ich muss zurück! Also der Ludwig, der hat schon Freundinnen gehabt. Da haben wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mama. Du weißt noch, damals ist die Musikerin. Das ist doch jetzt ein alter Hut. Ausgenutzt hat's. Weil du ein viel zu netter Kerl bist. Ja, unsere Anna, die hat auch ein viel zu weiches Herz. Dann passt sie. Mama, darf ich aufstehen? Oh, es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin... Wer bist du endlich? Grüß dich. Grüß dich. Na, komm, setz dich jetzt zu uns. Ludwig, kommst du bitte. Eigentlich haben wir ja gehofft, dass du uns ein bisschen rumführst. Ja, können wir schon machen. Ihr seid schon ein nettes Paar, ihr zwei. Ich finde, du schaust total normal aus. Ja, das sind die Calcium-Tabletten, gell? Die helfen super gegen Bienenstichallergie. Sag mal, wo wollt's denn ich eigentlich hinziehen, wenn die zwei, also der Ludwig und die Anna ein Paar sind? Mama, das sehen wir dann schon. Ja, also, der Andi, der hat uns die hintere Scheune ausgebaut. Mit Panoramablick, gell? Wir können über den gesamten Kimse schauen. Die gehen erstmal nach Australien. Ach so, hier geht's nach Australien? Ja. Der Ludwig war auch schon in Australien, gell? Sag mal, hast du nicht gesagt, da gibt's lauter so giftige Viecher, Schlangen und so weiter? Ja, ja, jede Menge, aber meine Familie lebt in der Stadt in Sydney. Wir haben halt den Hinterhof und die Scheune. Und der Umbau von dem Stall, der hat so viel Geld gekostet. Mama, Bittchen, kannst du jetzt mal aufhören? Anna, schau mal, ich hab's getaubt. Das heißt jetzt Mimmi. Ah! Warte mal hin, warte mal hin. Mimmi! Aufpassen! at war euгimeter her. Jetzt kam Mount their! Das kann man. Warte mal hin, warte mal hin. Jetzt komm north her. Ach, warte mal hin, warte mal hin! Boi, ganze prima! Ja, 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 ja! Du bist ja ein Brachkerl. Das sind die Eichel. Schließt gut an, was? Das mit meiner Mama, das ist so peinlich. Das war für nicht meine Idee, dass die mitkommt. Ich wollte ja nicht gleich überrumpeln. Ist schon gut. Weißt du, wenn die einmal in Fahrt ist, dann kannst du das gleich überhaupt nicht mehr aufhalten. Meine auch nicht. Sehen wir uns später noch. Ich weiß nicht, heute fühle ich mich ein bisschen komisch. Ah, Bienenstich. Anna, habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Echt? Nein. Ich habe schon gemeint. Katrin! Willst du mich mit nach München? Ja. Noch eine Stunde mit meiner Mutter im Auto, das halte ich jetzt nicht aus. Ludwig, kommst du bitte? Servus. Du, ich fahr bei der Katrin mit in die Stadt. Frau Fechner, danke schön für alles. Du hast doch jetzt keinen Scheiß, oder? Ich sage es am Hansen schöner Gruß. So gut. Was machst du denn du in München? Warum nicht? Also, wir sehen uns. Du, Ludwig, wenn du Interesse hast an der Anna. Nächste Woche hat sie Geburtstag. Servus. Na, warst du schön beim Kegeln? Die Mama hat erzählt, dass der Ludwig da war. Du, das tut mir leid, dass wir dich so unter Druck gesetzt haben. Aber manchmal haben Eltern einfach ein gutes Gespür. Weißt du, früher, da haben mich die Bauern im Dorf immer bedauert, weil ich nur eine Tochter habe. Aber zu denen habe ich immer gesagt, wartet es noch ab mit euren Buben. Alle werden sich abwandern in die Stadt. Aber die Anna? Meine Anna, meine Anna, die macht weiter. Ich pappe jetzt ja auf. Nein, Anna. Ich muss das jetzt einfach einmal sagen. Ich bin ein wirklich glücklicher Mann. Hallo? Anna? Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Ähm. Ja, was, ähm. Was gibt's denn? Okay, dann vielleicht, ähm. Blumenkohl. Was denken Sie denn da an Blumenkohl? Naja, dann vielleicht einen Salat. Na, schmacken, wir haben schon einen Blumenkohl. Anna, bringst du mir bitte einen Blumenkohl? Wie viel brauchst du denn? Keine Ahnung, was sich der Anna so schenken kann. Na ja, Schweine mag es halt fertig. Äh, ich brauch ein Geburtstagsgeschenk. Juwelen gehen immer. Es war ein Spaß. Mei, Ludwig, es geht doch nur um die Geste. Na, geht's eben nicht. Ich mein, ich will ja wirklich zeigen, dass, na ja, dass ich ihr halt keinen Schmarrn erzähle. Na, dann wär ein Verlobungsring vielleicht das Richtige. Jetzt sei doch mal ernst. Ja, genau. Ernst. Was willst du von der Anna, Ludwig? Ihren Hof? Sag einmal, spinnst du ein bisschen? Was denkst du von mir? Die Anna ist meine beste Freundin. Und wenn ihr zwei was miteinander anfängt, dann muss ich sicher sein, verstehst? Sicher, dass das was taugt. Also entweder du machst das hier alles, weil du sie liebst, oder... Oder was? Ich find, die Anna ist super. Ist doch ein wahnsinns Bayerinnen. Außerdem, jetzt ist die Anna so hübsch. Ludwig, du musst die Anna glücklich machen. Das hast du kapiert, oder? Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Du, Moment einmal. Ich hab's. Das ist bestimmt wieder der Dieselfilter. Das ist nicht der Filter. Da hab ich schon nachgeschaut. Anna! Was machst du denn hier? Steig rein. Bitte. Wer tragt das kaputt? Wer ist denn der Kerl? Noch mal, komm ich hier nicht raus. Ja. Okay, keine Lust. Was ist jetzt mit Ludwig? Die können doch nicht mit zwei Männern gleichzeitig. Erst haben wir gar keinen, und jetzt haben wir zwei. Was ist das mit dem Stadl? Das ist gut. Da sind wir vom Wetter unabhängig. Du, mach da mal 30. Das ist nicht ein bisschen viel. Nein. Um Musik kümmere ich mich. Cool. Gott, ob ihr das wirklich so gefällt? Na sicher. Also, ich würde mich freuen. So. Geh, Romy, jetzt. Also, spiel's noch mal langsam und nicht zu hudeln über die schwierigen Stellen. Ich hudel nicht. Und außerdem hab ich jetzt schon eine Viertelstunde geübt. Ja, aber wenn's noch nicht gut ist, komm noch einmal, he? Ich mach das schon. Magst du noch einen Kaffee? Ja, gern. Darf ich mitspielen? Mhm. Linke oder rechte Hand? Ich mag die linke Hand spielen. Gut. Okay. Drei, vier. Entschuldigung. War falsch, oder? Mhm. So, jetzt spielen wir noch eins wie die Mama, oder? Mhm. Gut. Also, los. Und was ist, wenn sich die Anna in diesen Cabrio-Fahrer verliebt hat? Ja. Jetzt probier's einmal noch mal. Ach. Na, es geht nix. Ja. Und jetzt? Müssen wir halt ein bisschen Schicksal spielen. Ich will heim. Kannst du mich gleich hier unten rauslassen? Ich will nicht, dass meine Eltern mal sehen. Sag mal, was ist denn mit denen? Du bist doch eine erwachsene Frau. Ich mein, bist denen keine Rechenschaft schuldig. Es ist nicht so einfach. Ich ruf dich an. Oder du mich. Kurze SMS. Social Networking. Was auch immer. Ich ruf dich an. Ich ruf dich an. Hey, da bist du ja. Du, dein Vater hat mich angerufen, ob ich einen Scheißkauern reparieren. Da kennt's ja. Von Glück krieg ich, dass euch der nicht schon längst um die Ohren geflogen ist. Schädi zum Segen. Na, was sagst du? Der Ludwig halt. Er wollte nicht gleich das Heu noch reinhalten, solange es trocken ist. Okay, Papa, der Ludwig hat bestimmt keine Zeit. Ja, doch. Können wir schon machen. Muss er sein. Komm. Das hat euch Spaß gemacht. Das fand ich auch. Prost. Prost. Das tut gut. Jetzt du. Danke übrigens, du. Das mit dem Traktor wäre echt ein Problem geworden. Und Reparatur geht ganz schön ins Geld. Ja, ich weiß schon. Du musst übrigens mal die Bremsklötze da unten anschauen. Die sind auch schon überfällig. Aber das mach ich doch schon. Was kannst du denn noch alles? Das musst du selber rausfinden. Weißt du, bei mir ist das so, ich mach eh immer nur das, auf was ich Lust hab. Aber das, was du dir bei dem Hof leistest, Respekt. Und das, was du dir bei dem Hof leistest, Respekt, 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 Respekt. Jetzt sag halt was. Warum schämst du nicht mit mir, dass ich mich unmöglich verhalte? Bist du in den Mann verliebt? Äh, Mama. Anna, wir müssen den Hof nicht auf Teufel komm raus behalten. Der Papa will den Hof nicht, der Papa, der Papa. Der will den Hof für dich bereiten, weil er glaubt, dass du ohne ihn gar nicht leben kannst. Warst du denn immer glücklich mit deiner Entscheidung? Das war ich. Bin es noch. Und wenn du dich anders entschieden hättest? Hätte, wäre, wenn. Das bringt gar nichts. Mama, bitte. Im Ernst. Im Ernst. Du musst es entscheiden. Hast du es dem Papa nie übel genommen, dass du nicht mehr wegkommst? Nein. Doch. Es gab schon so Zeiten. Der Papa ist ein sturer Hund. Na, du auch. Oh ja. Aber dann lässt er sich immer wieder was einfallen, um mich zu überraschen. Dafür lieb ich ihn. Immer noch. Ja, Katrin? Ich muss mit dir reden. So, der Ludwig war vorhin da. Und? Ich glaube, ich hab einfach Angst, dass er mir einen Heiratsvertrag machen will. Äh, Moment einmal. Ja, ich weiß nicht. Hör mal, Anna. Was Besseres als den Ludwig? Das findest du auf der ganzen Welt nicht mehr. Ein Bauer. Intelligent. Charmant. Attraktiv. Ja, ich weiß. Du hast ja recht. Anna, bitte. Tu mir den Gefallen und schlag dir den Piloten aus dem Kopf. Von mir aus gehst du noch einmal ins Bett mit ihm, wenn es unbedingt sein muss. Aber dann vergiss ihn. Das kann ich nicht. Ja, was willst du eigentlich? Den Hof oder die große Leidenschaft? Danke. Beides. Oh, Mann. Und wollen Sie dafür eine Tüte haben? Passt schon. Passt schon. Ja. So. Servus. Danke. Ja, da unten. Passt. Danke. Für dich. Für dich. Servus. Na? Sehen wir uns heute Abend? Heute Abend? Heute Abend kann ich nicht. Da kommt der Tierarzt. Ach, der Tierarzt. Ja. Tja, schade, weil ich flieg morgen früh wieder. Oh. Und wann kommst du wieder? Samstag. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Tja, dann gib es dir jetzt. Aber erst am Geburtstag aufmachen. Okay? Mach keinen Scheiß. Wie lange willst du denn das noch so machen? Irgendwann fliegst du auf und dann bist du beide los. So, so. I have an exam today. Ah, hier habt ihr's gut. Aufwachsen im Oberland. Drachenanzugministrant. Statt Windeln kriegst ein Lederhosen. Mit dem Vater auf die Bergen aufreisen. Fussball spielen und Finger hacken. Schnupfen, saufen und Schuhe platteln. Bayer wärst nicht für viel Geld. Warte, jetzt bin ich da. Als Bayer kommt man schon auf die Welt. Jawohl. Komm her, komm her. Passt du? Ja, ja, ja. Sehr gut. Komm, geh du mal aus der Ecke. Komm, geh dir raus. So, wart, 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 wart. Gehen wir dann rüber. Stur, okay. Lieg. Ganz ruhig. Also. Ich glaube vorne links. Ja? Komm her. Ei, ei, ei. Geht das? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. So, da, da. Okay. Na, das ist bei der Lass. Na, komm. Ah, tsch. Okay, Ludwig. Komm. Mei, wie mich das für euch freut. Ach so. Ach so. Nein, nein, das ist ganz anders, als wir es ausschauen. Na, geh, Papa. Das ist ein Missverständnis. Der Ludwig und ich, wer, der wollte nicht da. Warum eigentlich nicht? Auf was sollen wir noch warten? Anna. Tattest du mal eine Frau werden? Geh nur hin. Hallo? Katrin. Bei uns in der Scheune? Ja, ich geh's gleich suchen. Ja. Ja, die Katrin, die hat ihr Handy in der Scheune verloren. Die braucht's ganz dringend. Ja, dann, dann gehen wir ja gleich hin, oder? Was? Ach du, ich glaub, da hat's Sicherung rausgehauen. Das ist ein Missverständnis. Ja, das ist ein Missverständnis. 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 Liebe Familie, liebe Freunde, heute vor 30 Jahren ist unsere Anna auf die Welt gekommen. Eine Tatsache, die uns seither jeden einzelnen Tag mit Freude erfüllt hat. Naja, nicht jeden Tag. Aber damit nicht genug. Heute ist was passiert, auf das wir zwei schon ganz schön lang gewartet haben. Für einen Vater ist es ja nie leicht, seine Tochter ziehen zu lassen. Aber in dem Fall, Ludwig, Anna, kommt mal bitte rauf zu uns. Bitte. Die Anna und der Ludwig, die haben sich nämlich heute entschlossen zu heiraten. Ja! Alles Gute zum Geburtstag. Bist du glücklich? Was ist das? Wird schon das Richtige sein. Es muss sich gut anfühlen. Ja. Komm, geh mit. Immer noch da bleiben, trinke ich noch einen Schmerz. Nein, 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 nein. Und du gehst jetzt auch hin? Gute Nacht. Das ist lustig. 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 Ich helfe dir noch. Bitte. Immer bitte mit dem Tisch, den kannst du zusammenräumen. Au! Oh, da. Ludwig, es tut mir leid. Ludwig, es tut mir wirklich total leid. Passt. Geht schon. Ist doch gar nichts dran. Also... Dann danke nochmal. Ja, passt schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, Mann. Keine Ahnung. Ich versteh den nicht. Dieser Typ, der ist mir völlig egal. Aber der Hof, weißt du, wenn dieser Hof nicht wäre, dann wäre alles gut. Hat sie Familie, hat sie Sorgen. Papa, Mama sind wie Italiener. Immer Nase, überall drin. Kann sie nicht einfach so entscheiden. So wie du. Was mach ich jetzt? Nix. Ist nix, Frau, vor dich. Nimm du andere. Salute. Ja? Was, jetzt sofort? Ja, ja, ich komme. Hans? Ja? Hat die Anna was gesagt, dass sie in die Stadt muss? Die wird sie mit ihr am liebsten treffen. Der ist ja letzte Nacht nicht doppelt. War schön gestern, gell? Mhm. Meinst, der Ludwig hat sich nicht getraut, bei uns zu schlafen, weil die Anna die kleine Kammer neben uns hat? Mein Gotteswin. Was ist? Meine Eherin. Verloren. Wo? Ja, da drinnen. Nein. Vorsichtig. Ja, da kannst du ein bisschen. Ganz vorsichtig. Ich hab mir gedacht, jetzt, wo es mit Ludwig so gut läuft. Oh, Hans. Du bist verrückt. Ah, nein. Ja, nein. Ich hab dir so liebsten. Puh. Huuu! Können wir reden? Ja, klar können wir reden. Ich habe noch nicht wirklich viel Zeit. Die Kuh ist ausgefallen und... Ich habe Vertretung. Ich habe mir mit dem Ludwig verlobt. Was hast du? Ja, das ging nicht anders. Sag mal, was ist das denn für ein Scheiß? Du willst mich, aber ohne Hof. Aber ich häng am Hof. Irgendwann würde ich es dir übel nehmen, dass ich alles für dich aufgegeben habe. Und es würde alles kaputt machen. Anna, pass mal auf. Ich habe mir überlegt, dass ich... Ich habe mich entschieden. Ja, dann ist ja alles gesagt. Was machst du denn da? Ich war gerade bei Georg. Das ist so eine Scheiße. Hast du Schluss gemacht oder was? Da treffe ich einmal in meinem Leben einen Mann, den ich wirklich liebe. Und dann mache ich alles kaputt. Du hast alles genau richtig gemacht. Ich habe kein Glück in meinem Leben. Das ist doch ein Schmarrn. Das wird alles ganz großartig. Und wenn du erst einmal verheiratet bist, dann... Und sich alles eingespielt hat, dann... Du willst jetzt schon wieder gehen? Ich muss mal... Na, warte! Das... Das geht jetzt nicht, weil... Ich habe überhaupt nicht aufgeräumt. Das ist doch egal. Nein! Willst du mir jetzt zuschauen, oder was? Mama! Warum ist der Ludwig nach dem Hof? Der hat nur ein Handtuch an. Von Rosanasch. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich glaube nicht. Es hat... Anna! Ich konnte nicht schlafen nach der Party. Und auf einmal klingelt es und der Ludwig steht vor der Tür. Der war völlig fertig. Der Arme! Der hast du natürlich gleich trösten müssen, oder was? Der war wirklich total am Ende. Und der Hammerheit grät! Was nackt, oder was? Jetzt hör mal auf, dich so aufzuspielen! Der Ludwig hat die totale Panik, dass die Verlobung der Fehler seines Lebens war! Das tut mir leid. Ich... Ich wollte es nicht. Ich... 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 Ja, aber deswegen muss ich ja keine Bäuerin werden. Der Vater von der Romy ist Zahnarzt, habe ich deswegen Zahnmedizin studiert. Das ist richtig. Ich muss gar keinen Bauern heiraten. Na, Anna, so habe ich das nicht gemeint. Du willst doch den Hof! Der Ludwig, der ist halt einfach nicht der Richtige! Doch! Er ist genau der Richtige! Ludwig! Du kannst wieder raufkommen! Anna, es tut mir leid! Sag nix! Lass mich reden! Willst du den Hof mit mir bewirtschaften? Was? Ich bin nicht verliebt in dich! Ach, echt? Ich hätte es gar nicht gemerkt! Also! Willst du Geschäftspartner und Miteigentümer vom Hof werden? Wie? Jetzt ohne Heirat? Ja, warum denn nicht? Geschäftspartner? Von deinem Hof? Von meinem Hof! Sollen dies gehen? Ja, das regeln wir denn schon irgendwie! Aber du liebst mich nicht! Ich liebe dich nicht! Das war doch ein Schmarrn! Hm! Ja, okay! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Georg! Georg! Ist das schwer! Fast nur Lebensmittel! Lebensmittel! Mama! Du weißt schon, dass du die nicht importieren darfst! Das habe ich auch schon gesagt! Der Herbert wartet seit 30 Jahren auf Weißwurst! Okay, Mama! Ihr denkt bitte daran, dass der Kompressor über Nacht ausgeschaltet sein muss! Ja, Papa! Und kontrolliert bitte jeden Tag das Wasser für die Kühe! Der Ludwig und ich, wir machen das schon! Ja! Für dich! Los! Jetzt! Woher Spaß? Ja! Jetzt komm! Apple Pie, Apple Pie in Coffee, please. Sei nicht traurig. Da kommt schon noch einer. Ich melde mich gleich, wenn wir da sind. Gehst du nimmer mit rein? Ich kann hier nicht stehen, dein Papa. Also, pass auf dich auf. Servus. Wir sind wieder losgezogen mit der versteckten Kamera. Weißt du, mit dem Ludwig und mit mir, das ist einfach... Das ist irgendwie... Ich hab mich verknallt. Weißt du, eigentlich muss ich dir dankbar sein. Es ist doch ein Wahnsinn, dass ausgerechnet du dich in den Bauern verliebst. Ja, aber deswegen muss ich ja keine Bäuerin werden. Der Vater von der Roma ist Zahnarzt, hab ich deswegen Zahnmedizin studiert. Das ist richtig. Ich muss gar keinen Bauern heiraten. Na, Anna, so hab ich das nicht gemeint. Du willst doch den Hof. Der Ludwig, der ist halt einfach nicht der Richtige. Doch. Er ist genau der Richtige. Ludwig, du kannst wieder raufkommen. Anna, es tut mir leid. Sag nix, lass mich reden. Willst du den Hof mit mir bewirtschaften? Was? Ich bin nicht verliebt in dich. Ach echt? Das hätt ich's gar nicht gemerkt. Also, willst du Geschäftspartner und Miteigentümer vom Hof werden? Wie jetzt ohne Heirat? Ja, warum denn nicht? Geschäftspartner? Von deinem Hof? Von meinem Hof. Sollen dies gehen? Ja, das regeln wir denn schon irgendwie. Aber du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht. Das war doch ein Schmarrn. Hm. Ja, okay. Ist das schwer? Fast nur Lebensmittel. Lebensmittel, Mama. Du weißt schon, dass du die nicht importieren darfst. Das hab ich auch schon gesagt. Der Herbert wartet seit 30 Jahren auf Weißwurst. Okay, Mama. Ihr denkt bitte dran, dass der Kompressor über Nacht ausgeschaltet sein muss. Ja, Papa. Und kontrolliert bitte jeden Tag das Wasser für die Kühe. Der Ludwig und ich, wir machen das schon. Ja. Bördi. Los, jetzt. Viel Spaß. Ja, das reicht. Anna! Zwei Prosecco, bitte. Anna, ich hab dich überall gesucht. Ja, du tut mir leid, aber das mit uns ist halt wirklich kein Sinn. Das hätt ich aber gleich sagen können. Ur Cappuccini. Prosecco kommt gleich. Erneut. Internet-Date? Ja. Das hab ich auch schon gemacht. Si. Na ja, Piloten sind, was Beziehungen angeht, nicht gerade der Brüller. Sagt wer? Meine gescheiterten Beziehungen. So. Das macht mich jetzt aber neugierig. Sagen wir mal so, ich kann anscheinend sehr distanziert sein mir. Wurde auch schon Gefühlskälte vorgeworfen. Und? Stimmt's? Der einsame Wolf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Und Sie? Warum haben Sie denn keinen Mann? Ich meine, Sie sehen jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich hab halt auch so meine Eigenheiten. Ich geb's nur mit Hof. Und es gibt nicht viele Männer, die sich das freiwillig antun. Na, ist doch toll. Ich meine, Sie arbeiten draußen. Ich bin in der Kabine. Bitte, jetzt fangen Sie nicht auch noch so an. Alle schwärmen immer vom Landleben, wie idyllisch das alles ist. Haben Sie schon mal ne Kuh von hinten gesehen? Oh. Bei uns stinkt's. Man hat nie frei. Wochenende, das kennen unsere Viecher nicht. Und das will keiner. Ich muss dann. Ja, ja, ich auch. Danke nochmal. Papa! Wisst ihr was? Diese ganze Männersuchaktion, das ist doch ein Schmarrn. Ich hab mal gerechnet. Was denn? Es geht ja ganz konkret um die Hilfe auf dem Hof. Ich brauch doch nur ein Geselleneinstelln oder sowas. Das ist viel zu teuer. Der kostet 3000 Euro brutto im Monat. Das macht nach Adam Riese aufs Jahr gerechnet. Fast 40.000 Euro. Das ist doch ein Wahnsinn. Plus minus mit den steuerlichen Vergünstigungen, das ist... Und wovon willst du das bezahlen? Ich geh morgen auf die Bank und nehm Kredit auf. Du wirst nicht kriegen. Wieso denn nicht? Keine Bank der Welt gibt einer ledigen Bäuerin mit Eltern im Rentenalter einen Kredit. Ihr wollt gar nicht, dass das klappt. Jeden Vorschlag, den ich mach, macht ihr kaputt. Elisabeth, mir reicht's jetzt langsam. Alles nur wegen dem Bissl Australien. Wie bitte? Jetzt bin ich wieder schuld. Sag bitte einmal in deinem Leben, was Sache ist. Einmal. Wir haben schon Schulden auf dem Hof. Wie bitte? Na ja, der Umbau vom Wohnhaus damals, die Modernisierung vom Kuhstall, das wär da ohne Kredit überhaupt nicht gegangen. Ach, wieso habt ihr nicht einmal... Oh Mann! Keine Ahnung. Versteht ihn nicht. Dieser Typ, der ist mir völlig egal, aber... Der Hof, weißt du, wenn dieser Hof nicht wäre, dann wäre alles gut. Hat sie Familie, hat sie Sorgen. Papa, Mama, sie wie Italiener, immer nase überall drin. Kann sie nicht einfach so entscheiden. So wie du. Was mach ich jetzt? Nix. Ist ja nix Frau vor dich. Nimmst du andere. Salute. Ja? Was, jetzt sofort? Ja, ja, ich komme. Hans? Ja? Hat die Anna was gesagt, dass sie in die Stadt muss? Die wird sie mit ihr am liebsten treffen. Der ist ja letzte Nacht nicht doppelt. War schön gestern, gell? Mhm. Meinst, der Ludwig hat sich nicht getraut, bei uns zu schlafen, weil die Anna die kleine Kammer neben uns hat? Mein Gotteswin. Was ist? Mein Ehering. Verloren. Wo? Ja, da drin. Nein. Vorsichtig. Ja, da kommt's noch mal. Ganz vorsichtig. Ich hab mir gedacht, jetzt, wo's mit dem Ludwig so gut läuft. Oh, Hans. Du bist verrückt. Ich hab dir so lieb. Puh. Anna, nein. Können wir reden? Ja, klar können wir reden. Ich hab noch nicht wirklich viel Zeit. Die Kuh ist ausgefallen und Ich hab Vertretung. Ich hab mir mit dem Ludwig verlobt. Was hast du? Ja, das ging nicht anders. Sag mal, was ist das denn für ein Scheiß? Du willst mich, aber ohne Hof. Aber ich häng am Hof. Irgendwann würde ich es dir übel nehmen, dass ich alles für dich aufgegeben hab. Und es würde alles kaputt machen. Anna, pass mal auf. Ich hab mir überlegt, dass ich... Ich hab mich entschieden. Ich hab mich entschieden. Ja, dann ist ja alles gesagt. Ja, klar. Karibik. Ich kann hier nicht weg. Das mit uns beiden, das bringt doch nichts. Ich da auf dem Hof. Du, irgendwo. Also lieber gleich ganz alleine bleiben, ja? Ich mein, das hätte auch von mir kommen können. Wer sagt denn, dass ich alleine bleib? Ach, gibt's schon jemanden? Ja, vielleicht. Scheiße. Warte doch mal! Ich muss zurück! Also der Ludwig, der hat schon Freundinnen gehabt. Da haben wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mama. Du weißt noch damals, diese Musikerin. Das ist doch jetzt ein alter Hut. Ausgenutzt hat sie. Weil du ein viel zu netter Kerl bist. Ja, unsere Anna. Die hat auch ein viel zu weiches Herz. Dann passt sie. Mama, darf ich aufstehen? Oh, es tut mir wahnsinnig leid. War, ich bin nicht... Wer bist du endlich? Grüß dich. Grüß dich. Na, komm, setz dich jetzt zu uns. Hm? Ludwig, kommst du bitte. Eigentlich haben wir ja gehofft, dass du uns ein bisschen rumführst. Ja, können wir schon machen. Ihr seid schon ein nettes Paar, ihr zwei. Ich finde, du schaukst total normal aus. Ja, das sind die Calcium-Tabletten, gell? Ja, die helfen super gegen Bienenstichallergie. Sag mal, wo willst denn ich eigentlich hinziehen, wenn die zwei, also der Ludwig und die Anna ein Paar sind? Mama, das sehen wir dann schon. Ja, also der Andi, der hat uns die hintere Scheune ausgebaut. Mit Panoramablick, gell? Wir können über den gesamten Kimse schauen. Die gehen erstmal nach Australien. Ach so, ihr geht's nach Australien? Ja. Der Ludwig war auch schon in Australien, gell? Sag mal, hast du nicht gesagt, da gibt's lauter so giftige Viecher, Schlangen und so weiter? Ja, ja, jede Menge, aber meine Familie lebt in der Stadt in Sydney. Wir haben halt den Hinterhof und Scheune. Und der Umbau von dem Stall, der hat so viel Geld gekostet. Mama, Bittchen, kannst du jetzt mal aufhören? Anna, schau mal, ich hab's getaubt. Das heißt jetzt Mimi. Ah! Ah! Oh nein. Warte mal, warte mal. Ah! Ah! Aufwarten! Oh nein. Jetzt komm halt her! Das ist das Klammend! Warte mal, warte mal. Jetzt komm halt her! Jetzt komm halt her! Ja, 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 ja. Puh! Können wir reden? Ja, klar können wir reden, ich hab noch nicht wirklich viel Zeit, grüße ausgefallen und ich hab' mir mit dem Ludwig verlobt. Was hast du? Ja, das ging nicht anders. Sag mal, was ist das denn für'n Scheiß? Du willst mich, aber ohne Hof. Aber ich häng' am Hof. Irgendwann würd' ich's dir übernehmen, dass ich alles für dich aufgegeben hab' und es wird alles kaputt machen. Anna, pass mal auf, ich hab' mir überlegt, dass ich... Ich hab' mich entschieden. Ja, dann ist ja alles gesagt. Anna, was machst'n du da? Ich fahr' grad bei Georg. Das ist so eine Scheiße. Hast du Schluss gemacht, oder was? Da treff' ich einmal in meinem Leben einen Mann, den ich wirklich liebe und dann mach' ich alles kaputt. Du hast alles genau richtig gemacht. Ich hab' kein Glück in meinem Leben. Das ist doch ein Schmarrn. Das wird alles ganz großartig. Und wenn's erst einmal verheiratet bist, dann... und sich alles eingespielt hat, dann... Du willst jetzt schon wieder gehen? Ich muss mal... Na, warte! Das... Das geht jetzt nicht, weil... Ich hab' überhaupt's nicht aufgeräumt. Das ist doch egal. Nein! Willst du mir jetzt zuschauen, oder was? Mama! Warum ist der Ludwig nagt im Hof? Der hat nur ein Handtuch an. Von Rosana. Pstst! Sag mal, hast du sie noch alle? Ich glaub' nicht! Es hat... Anna! Ich konnte schlafen nach der Party und auf einmal klingelst und der Ludwig steht vor der Tür. Der war völlig fertig. Der Arme! Der hast'n natürlich gleich trösten müssen, oder was? Der war wirklich total am Ende. Und da haben wir halt gerät! Was? Ach, Australien. Aufmerzweck. Und wir fahren hin! Ja, jetzt warte erst einmal. Warten? Warten? Worauf warten? Auf Herbert's Achtzigsten? Na, jetzt macht er nicht so'n riesen Ding draus. Also, zwei Wochen schaff' ich den Hof doch allein. Los, Hans. Sag's ihr. Jetzt oder nie. Ich glaub' ich pack's dann einmal. Was denn? Wir... Ja, wir wollen... übergeben. Wir wollen aufhören, Hans. Ja, weißt schon, einmal ein bisserl Urlaub machen und... Aufhören! Wir wollen aufhören! So, dann wird's Zeit, dass du endlich deinen Jungbauern findest. Wir können doch nicht einfach sagen, so! In drei Monaten sind wir weg! Schau zu, wie du klarkommst! Ja, na... Doch, das können wir! Elisabeth! Es wird langsam Zeit, dass du die Verantwortung für den Hof übernimmst. Jetzt, Moment einmal! Das ist nicht fair! Ich arbeite wie eine Wahnsinnige! Ich hab' doch die Verantwortung! Ja, aber nur, wenn's dir passt. Aber wenn du was vorhast am Wochenende, ja, dann müssen wir immer ran. Aber wir werden nicht ewig da sein. Elisabeth, jetzt red doch nicht, als wären wir schon mit einem Bein im Grab! Ich kann immer noch helfen! Ja, ja! Seit Jahren versprichst du mir, dass wir aufhören! Und dass du mit der Anna redest! Und immer gibt es einen Grund, noch einen Sommer zu warten! Ja, im letzten Jahr war der Umbau und im Jahr davor hat die Anna mit den Schweinen angefangen! Seit Jahren war ich nicht mehr bei meiner Familie, seit wir verheiratet sind! Elisabeth, jetzt sei ja nicht kindisch, wir fahren ja nach Australien! Und wie stellt ihr euch das vor? Ja, ich meine, allein werde ich den Hof nicht schaffen! Ja, das ist jetzt ein Problem! Du hast studiert und es war immer klar, dass du den Hof übernehmen willst! Wir möchten auch mal ausschlafen, mal Freizeit haben! Und was soll ich jetzt machen? Die Katrin hat's doch schon gesagt! Mama, das war ein Witz! Wo soll ich denn auf die schnelle Mann auftreiben? Einen zum Heiraten! Du hattest genug Möglichkeiten, aber du ist ja keiner gut genug! 100 Minuten. Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keinen Ahnung! Oh nein! Jetzt schau sie dir doch wenigstens mal an. Der hier zum Beispiel, der ist fesch. 1,83 groß, 75 Kilo, athletisch. Okay, schon 45. Katrin, ich wick kein Mann aus dem Internet. Jetzt tu doch nicht so. Das ist heutzutage für... Damals, da waren wir Kinder. Hast du ihn seitdem überhaupt schon mal wieder gesehen? Einmal Idiot, immer Idiot. Ja, dann hilf nur noch www.hbauer.lieb.de Ach, Mann! Ach, so scheiße. Der Herr Pilot. Ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Hab ich sie jetzt am Auge erwischt? Sie haben ja ganz schön Zug drauf. Das schwellt ja an. Haben Sie einen Lappen? Lappen? Ja, nass zum Kühlen. Einen Lappen? Ja, es tut mir leid. Bitte kommen Sie mit. Ist das schlimm? Nee, es geht schon. Danke. Nee, kein Weichei. Ja, wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Ich packe Ihnen was ein. Radieschen, die mögen es doch so gerne. Oder rote Fete. Die haben sie doch schon so oft bei mir gekauft. Wissen Sie was? Ich packe Ihnen einfach von allem etwas ein. Ich wollte eigentlich nur Kartoffeln kaufen. Entschuldigung, ich hätte Sie auch fragen können. Aber Kartoffeln. Ach so. Mehlig oder festkochen? Für Katar. Kriegen Sie Besuch? Ja, ich, also ich dachte nur, weil das ist ja für einen allein doch ziemlich aufwendig. Ja. Nein. Krieg keinen Besuch. Sonne, das ist ja gut. Also Quatsch. Warum sollte jemand wie Sie keinen Besuch kriegen? Mit Festkochen wird es besser, wenn Sie mich fragen. Das Katar. Ach so, ja. Danke. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Denk mir da mal dran. Das ist kein Bauer. Das ist sowas von kein Bauer. Bravo. Warst du sehr gut heute? Hat sie zum ersten Mal Kohl nach dir gesmissen. Was habe ich davon? Kilo Kartoffeln. Willst du welche haben? Zwei Espresso, bitte. Du Espresso. Sag ich dir was, bei uns zu Hause, wenn eine Frau schmeißt Gemüse nach dir, sie ist verliebt. Aber die hat mich nach mir geschmissen. Hallo? Nee. Schade. Ist das so süß, ne? Hä? Kannst du mir ein Espresso machen? Mit dem Espresso kannst du nichts schlafen. Sowieso nicht schlafen. Was sind jetzt mit den Kartoffeln? Was sind denn für Kartoffeln? Festkochen. Na, ist ja nichts. Nimmst du selber. Weißt du, wann der Tierarzt zum Impfen kommt? Fotos für den Bauer in den Kalender. Habt ihr da Birnen in den Baum gekriegt? Die gibt's doch im Juni gar nicht. Die Anna ist der September. Aber du weißt schon, dass das ein Apfelbaum ist, oder? Komm, Anna. Helf mir lieber. Das Gras ist trocken. Das ist ja nicht so. Auch da. Schade, schnell zu mir. Da! Sehr gut. Auf geht's. Uh! Juhu! Elisabeth! Ja! Servus, Moni. Grüß dich. Danke. Servus. Oh, Jesus. Was ist denn los? Für Gottes Willen, Elisabeth, ist was passiert? Ja. Herbert hat uns zu seinem 70. eingeladen. Ach. Nach Australien. Auf den Zweck. Und wir fahren hin. Ja, jetzt warte erst einmal. Warten? Worauf warten? Auf Herbert's 80. Na, jetzt macht er nicht so ein Riesending draus. Also zwei Wochen schaffe ich den Hof doch allein. Los, Hans. Sag's ihr. Jetzt oder nie. Ich glaub, ich pack's dir nochmal. Was denn? Wir... Ja, wir wollen... übergeben. Wir wollen aufhören, Hans. Ja, weißt schon, einmal ein bisserl Urlaub machen und... Aufhören? Wir wollen aufhören. Tja, dann wird's Zeit, dass du endlich deinen Jungbauern findest. Könnt ihr nicht einfach sagen, so? In drei Monaten sind wir weg. Schau zu, wie du klarkommst. Ja, na... Doch, das können wir. Elisabeth! Es wird langsam Zeit, dass du die Verantwortung für den Hof übernimmst. Jetzt, Moment einmal. Das ist nicht fair. Ich arbeite wie eine Wahnsinnige. Ich hab doch die Verantwortung. Ja, aber nur, wenn's dir passt. Aber wenn du was vorhast am Wochenende, ja, dann müssen wir immer ran. Aber wir werden nicht ewig da sein. Elisabeth, jetzt red doch nicht, als wären wir schon mit einem Bein im Grab. Ich kann immer noch helfen. Ja, ja. Seit Jahren versprichst du mir, dass wir aufhören und dass du mit der Anna redest. Und immer gibt es einen Grund, noch einsamer zu warten. Ja, im letzten Jahr war der Umbau und im Jahr davor hat die Anna mit den Schweinen angefangen. Seit Jahren war ich nicht mehr bei meiner Familie, seit wir verheiratet sind. Elisabeth! Elisabeth! Jetzt... Ich will heim. Kannst du mich gleich hier unten rauslassen? Ich will nicht, dass meine Eltern raussehen. Sag mal, was ist denn mit denen? Du bist doch eine erwachsene Frau. Ich mein, bist denen keine Rechenschaft schuldig. Es ist nicht so einfach. Ich ruf dich an. 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 und die Ohren geflogen ist. Schäte, zum sehen. Na, was sagst du? Der Ludwig hat. Er wollte nicht gleich das Heu noch reinhalten, solange es trocken ist. Okay, Papa, der Ludwig hat bestimmt keine Zeit. Ja doch, können wir schon machen. Muss er sein. Komm. Das hat mir viel Spaß gemacht heute. Das fand ich auch. Prost. Prost. Das tut gut. Setzt du. Danke übrigens, du. Das mit dem Traktor wäre echt ein Problem geworden. Von der Reparatur geht ganz schön ins Geld. Ja, ich weiß schon. Du musst übrigens mal die Bremsklötze da unten anschauen. Die sind auch schon überfällig. Aber das mache ich doch schon. Was kannst du denn noch alles? Das musst du selber rausfinden. Elisabeth! Ja. Ja. Servus, Moni. Grüß dich. Danke dir. Servus. Servus. Was ist denn los? Für Gottes Willen, Elisabeth, ist was passiert? Ja. Herbert hat uns zu seinem 70. eingeladen. Nach Australien. Auch mitzweck. Und wir fahren hin. Ja, jetzt warte erst einmal. Warten? Worauf warten? Auf Herbert's 80. Na, jetzt macht er nicht so ein Riesending draus. Also zwei Wochen schaffe ich den Hof doch allein. Los, Hans. Sag's ihr. Jetzt oder nie. Ich glaube, ich packe es da nochmal. Was denn? Wir... Ja, wir wollen... übergeben. Wir wollen aufhören, Hans. Ja, weißt schon, einmal ein bisschen Urlaub machen und... Aufhören? Wir wollen aufhören. Tja, dann wird's Zeit, dass du endlich deinen Jungbauern findest. Wir können doch nicht einfach sagen, so. In drei Monaten sind wir weg. Schau zu, wie du klarkommst. Ja, na. Doch, das können wir. Elisabeth. Es wird langsam Zeit, dass du die Verantwortung für den Hof übernimmst. Jetzt, Moment einmal. Das ist nicht fair. Ich arbeite wie eine Wahnsinnige. Ich hab doch die Verantwortung. Ja, aber nur, wenn's dir passt. Aber wenn du was vorhast am Wochenende, ja, dann müssen wir immer ran. Aber wir werden nicht ewig da sein. Elisabeth, jetzt red doch nicht, als wären wir schon mit einem Bein im Grab. Ich kann immer noch helfen. Ja, ja. Seit Jahren versprichst du mir, dass wir aufhören. Und, dass du mit der Anna redest. Und immer gibt es einen Grund, noch ein Sommer zu warten. Ja, im letzten Jahr war der Umbau. Und im Jahr davor hat die Anna mit den Schweinen angefangen. Seit Jahren war ich nicht mehr bei meiner Familie. Seit wir verheiratet sind. Elisabeth, jetzt seid ihr nicht kindisch. Wir fahren ja nach Australien. Und wie stellt ihr euch das vor? Ja, ich meine, allein werde ich den Hof nicht schaffen. Ja, das ist jetzt ein Problem. Du hast studiert. Und es war immer klar, dass du den Hof übernehmen willst. Wir möchten auch mal ausschlafen. Mal Freizeit haben. Und was soll ich jetzt machen? Die Katrin hat's doch schon gesagt. Mama, das war ein Witz. Wo soll ich denn auf die schnelle Mann auftreiben? Einen zum Heiraten. Du hattest genug Möglichkeiten, aber dir ist ja keiner gut genug. Heute Abend? Du, heute Abend kann ich nicht. Da kommt der Tierarzt. Ach, der Tierarzt. Ja. Tja, schade, weil ich fliege morgen früh wieder. Oh, und wann kommst du wieder? Samstag. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Tja, dann. Gib es dir jetzt. Aber erst am Geburtstag aufmachen. Okay? Mach keinen Scheiß. Wie lange willst du das noch so machen? Irgendwann fliegst du auf und dann bist du beide los. So, so, I have an exam today. Ah, hier habt ihr's gut. Aufwachsend im Oberland, Drachenanzugministrant, statt Windeln kriegst ein Lederhosen, mit dem Vater auf die Berge aufreisen. Fußballspielen und Fingerhackeln, Schnupfen, Saufer und Schuheblatteln. Bayer wärst nicht für viel Geld. Ah, was ist viel da? Als Bayer kommt man schon auf die Welt. Ja. Jawohl. Komm her, komm her. Hast du es? Ja, ja. Sehr gut. Komm, geh du mal aus der Ecke. Komm, geh dir raus. So, warte, 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 warte. Gehen wir dann rüber. Stur, okay. Rieck, ganz ruhig. Also. Ich glaube, vorne links. Ja? Komm her. Ei, ei, ei. Geht das? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. So, da, da. Okay. Na, das ist bei der Lass immer gekommen. Okay. Okay, Ludwig. Komm. Mei, wie mich das für euch freut. Ach so. Ach so. Nein, nein, das ist ganz anders, als was ausschaut. Niki, Papa. Das ist ein Missverständnis. Der Ludwig und ich, wer? Der wollte nicht. Warum eigentlich nicht? Auf was sollen wir noch warten? Anna. Tätst du mal eine Frau werden? Geh nur hin. Hallo? Katrin. Bei uns in der Scheune? Ja, ich geh's gleich suchen. Ja. Ja, die Katrin, die hat ihr Handy in der Scheune verloren. Die braucht's ganz dringend. Ja, dann. Bienenschuss. Ach so, die ist allergisch. Ja. Aha. Ganz schlimm. Das, das ist richtig angeschwollen, gell? Echt? Die will jetzt auf gar keinen Fall, dass du sie so siehst. Mama. Ja, Romy, die Kälbchen, die haben noch Hunger, glaub ich, gell? Ich hab die da vorher gerade draußen gesehen, oder? Anna? Ja? Nein, das kann nicht sein. Hm. Ich flieg morgen in die Karibik. Willst du mitkommen? Ja, klar. Karibik. Ich kann hier nicht weg. Das mit uns beiden, das bringt doch nichts. Ich da auf dem Hof. Du, irgendwo. Also lieber gleich ganz alleine bleiben, ja? Ich mein, das hätte auch von mir kommen können. Wer sagt denn, dass ich alleine bleib? Ach. Gibt's schon jemanden? Ja, vielleicht. Scheiße. Ey, warte doch mal! Ich muss zurück! Also der Ludwig, der hat schon Freundinnen gehabt. Da haben wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mama. Du weißt noch, damals ist die Musikerin. Das ist doch jetzt ein alter Hut. Ausgenutzt hat sie. Weil du ein viel zu netter Kerl bist. Ja, unsere Anna, die hat auch ein viel zu weiches Herz. Dann passt sie. Mama, darf ich aufstehen? Oh, es tut mir wahnsinnig leid. Wah, ich bin nicht. Wer bist du eigentlich? Grüß dich. Grüß dich. Na, komm, setz dich her zu uns. Ludwig, kommst du bitte. Eigentlich haben wir ja gehofft, dass du uns ein bisschen rumführst. Ja, können wir schon machen. Ihr seid schon ein nettes Paar, ihr zwei. Ich finde, du schaust total normal aus. Ja, das sind die Calcium-Tabletten, gell? Die helfen super gegen Bienenstichallergie. Sag mal, wo wollt's denn ich eigentlich hinziehen, wenn die zwei, also der Ludwig und die Anna ein Paar sind? Mama, die fängen wir dann schon. Ja, also der Andi, der hat uns die hintere Scheune ausgebaut. Mit Panoramablick, gell? Wir können über den gesamten Kimse schauen. Die gehen erstmal nach Australien. Ach so, hier geht's nach Australien? Ja. Der Ludwig war auch schon in Australien, gell? Sag mal, hast du nicht gesagt, da gibt's lauter so giftige Viecher, Schlangen und so weiter? Ja, ja, jede Menge, aber meine Familie lebt in der Stadt in Sydney. Wir haben ja mal den Hinterhof und die Scheune. Und der Umbau von dem Stall, der hat so viel Geld gekostet. Mama, Bittchen, kannst du jetzt mehr aufhören? Anna, schau mal, ich hab's getauft. Das heißt jetzt Mimi. Oh nein! Oh nein! Warte mal, ich hab's getauft. Lina, das ist Anna. Schöner Abend. Ja. Können Sie das bitte abholen? Ja, das war Lena. Lena. Lena, ja. Lena war L.A. Stop over Philadelphia. Wir arbeiten zusammen. Arbeiten. Ok. Du denkst, ich bin Arsch. Also, wenn du gehen wirst, ich könnte es verstehen. Ich habe Hunger. Was ist also Violetta? Hast du schon dreimal bei mir gekauft? Du hast mitgezählt? Kann auch nur zweimal gewählt und sein. So, ich glaube, es ist Zeit für ein Geständnis. Anna? Ich koche nicht. Kann gar nicht kochen. Meine Küche ist zu klein und ich habe mich mal ein Kartoffelschillmesser. Aber warum hast du denn dann das ganze Gemüse bei mir gekauft? Ich bin's. Anna? Ja. Mach auf. Was du für Sachen machst. Dein Vater hat übrigens angerufen. Der wollte dich irgendwas fragen. Ich habe erst gar nicht kapiert, wovon er redet. Oh Gott. Ja, dann irgendwann schon. Ich bin ja nicht blöd. Aber du musst mich schon einweihen, wenn du sowas machst. Es tut mir leid. Hallo. Der ist Pilot. Du suchst einen Bauern. Einen Bauern. Ich weiß, dass ich einen Bauern suche. Deswegen bin ich ja auch gegangen. Das war eine Nacht. Er ist nicht drin. Das war's. Richtig. Sag mal, wie war's eigentlich mit dem Ludwig? Gut. Gut war's. Also kein Idiot? Nein, kein Idiot. Sowas von kein Idiot. Der hat mich heute Abend zum Konzert eingeladen. Gut. Bei dem Piloten. Den kannst du haken. Bei uns ist da ein Spriggewort. Das sind dicke Worte. I va piano, va sano y lontano, pero perd el treno. Bist du langsam, bleibst du gesund, aber du verpasst den Zug. Welchen Zug? Du siehst aus wie einer, der verpasst hatte den Zug. Die ist einfach gegangen. Die hat mir einen Zettel geschrieben. Immerhin. Das mache nicht mal ich. Rufst du sie an? Ich hole mir nicht noch eine Abfuhr. Das habe ich nicht nötig. Ah, natürlich. Nein. Du bist übergeben. Elisabeth, jetzt sei heute nicht gleich so. Seit über 30 Jahren lebe ich hier mit dir. Jeden Tag diese Kühe auf die Weide melken. Die Kartoffeln, die Wiesen. Ich mag's ja. Aber ich möchte endlich mal wieder mit meiner Familie zusammen sein. Die, die noch übrig sind. Und mit ihnen reden. Nicht nur am Webcam. Entschuldig, ich bin ein bisschen schlecht. Ah, da war wohl nix. Oh, bist du noch sauer? Die meiste Arbeit machen die Schweine. Verkaufen wir sie eben wieder, dann schaffe ich es auch allein. Ja, spinnst du deine Schweine. Ha, wenn ihr mich so unter Druck setzt. Jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Das schaffst du mit und ohne Schweine nicht allein. Du brauchst jemanden so oder so. Ich dachte... Ich mein, der Opa hat auch bis zum Schluss. Du kannst doch ohne die Arbeit hier ganz leben. Mei, die Mama... Weißt du, ich hab ihr halt versprochen, wenn du einmal so weit bist, dass wir dann nochmal auf Reisen gehen. Ich bin aber noch nicht so weit. Dann sag's der Mama. Sag's der Mama. Meinetwegen können wir gern noch ein Jahr warten. Sag's der Mama. Sag's der Mama. Du... Wir waren doch am Chiemsee, die Mama und ich. Beim Schmidinger selbst, seiner Beerdigung. Der Andi hat den Hof gekriegt, gell? War klar. Ist der Ältere. Na ja, aber für den Ludwig ist es halt blöd. Meine Mutter hat erzählt, dass er bis zum Schluss gehofft hat, dass der Vater ihm doch noch den Hof gibt. Willst du mich jetzt mit dem Ludwig verkuppeln? Ach, Schmarrn! Ja, aber du könntest dich ja einmal mit ihm treffen, oder? Ja. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Hof. Ich mein, das ist doch für dich auch nicht schön immer allein, oder? Jetzt darf ich mir mein zukünftig noch nicht mal mehr selber aussuchen. Hab's doch schon Ehevertrag aufgesetzt. Ja, den brauchst du ja sowieso. Nicht nur wegen dem Ludwig. Ist ja wie im Mittelalter. Nein! Der Ludwig, weißt du noch, der mich damals mal ein Kaninchen ertränkt hat. Nicht lustig. Es war gar nicht lustig. Ja, aber damals, da waren wir Kinder. Hast du ihn seitdem überhaupt schon mal wieder gesehen? Einmal Idiot, immer Idiot. Ja, dann hilf nur noch www.hbauernlieb.de Ah! 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 Oh Mann! Ach du Scheiße. Der Herr Pilot. Ah! Ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Hab ich sie jetzt am Auge erwischt? Ah, sie haben ja ganz schön Zug drauf. Das schwellt ja an. Haben Sie Lappen? Lappen. Ja, nass zum Kühlen. Ein Lappen! Ja, es tut mir leid. Bitte komm. Ja, Kathrin? Ich muss mit dir reden. Du, der Ludwig war vorhin da. Und? Ich glaube, ich hab einfach Angst, dass er mir einen Heiratsantrag machen will. Äh, Moment einmal. Ja, ich weiß nicht. Hör mal Anna, was besseres als den Ludwig? Das findest du auf der ganzen Welt nicht mehr. Ein Bauer, intelligent, charmant, attraktiv. Ja, ich weiß. Du hast ja recht. Anna, bitte tu mir den Gefallen und schlag dir den Piloten aus dem Kopf. Von mir aus gehst du noch einmal ins Bett mit ihm, wenn's unbedingt sein muss. Aber dann vergiss ihn. Das kann ich nicht. Ja, was willst du eigentlich? Den Hof oder die große Leidenschaft? Danke. Beides. Mann. Und wollen Sie dafür eine Tüte haben? Vorsicht, früher. Halt schon. Ja. So. Servus. Danke. Ja, da unten. Passt. Danke. Für dich. Servus. Na? Na? Sehen wir uns heute Abend? Heute Abend? Du, heute Abend kann ich nicht. Da kommt der Tierarzt. Ach, der Tierarzt. Ja. Tja, schade, weil ich flieg morgen früh wieder. Oh. Und wann kommst du wieder? Samstag. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Tja, dann. Wie bist du jetzt? Aber erst am Geburtstag aufmachen. Okay? Mach keinen Scheiß. Wie lange willst du denn das noch so machen? Irgendwann fliegst du auf und dann bist sie beide los. So, 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 I have an exam today. Ah, hier habt sie's gut. Aufgewachsen im Oberland. Drachenanzugministrant. Statt Windeln kriegst ein Lederhosen. Mit dem Vater auf den Berg nach Rosen. Fussball spielen und Finger hacken, Schnupfen, Saufen und Schuhe platteln. Bayer wärst nicht für viel Geld. Aha. Was? Was ist viel da? Als Bayer kommt man schon auf die Welt. Jawohl. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Passt es? Ja, ja, ja. Sehr gut. Komm, geh doch mal aus der Eck. Komm, geh doch raus. So, warte, 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 warte. Gehen wir dann rüber. Stur. Richtig. Ganz ruhig. Und dann mach ich alles kaputt. Du hast alles genau richtig gemacht. Ich hab kein Glück in meinem Leben. Das ist doch ein Schmarrn. Das wird alles ganz großartig. Und wenn du erst einmal verheiratet bist, dann, und sich alles eingespielt hat, dann... Du willst jetzt schon wieder gehen? Ich muss mal... Na, warte. Das, das geht jetzt nicht, weil... Ich hab überhaupt nicht aufgeräumt. Das ist doch egal. Nein! Willst du mir jetzt zuschauen, oder was? Mama? Warum ist der Ludwig nach dem Hof? Der hat nur ein Handtuch an. Von Rosanasch. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich glaub, es hat... Anna! Ich konnte nicht schlafen nach der Party und... und auf einmal klingelt es und der Ludwig steht vor der Tür. Der war völlig fertig. Der Arme! Da hast du natürlich gleich trösten müssen, oder was? Der war wirklich total am Ende. Und der Hammer halt gerät. Was nackt tut er was? Jetzt hör mal auf, dich so aufzuspielen! Der Ludwig hat die totale Panik, dass die Verlobung der Fehler seines Lebens war. Das tut mir leid. Ich... Ich wollte es nicht. Ich... Weißt... Mit dem Ludwig und mit mir, das... Das ist einfach... Das ist irgendwie... Ich hab mich verknallt. Weißt du, eigentlich muss ich dir dankbar sein. Es ist doch ein Wahnsinn, dass ausgerechnet du dich in den Bauern verliebst. Ja, aber deswegen muss ich ja keine Bäuerin werden. Der Vater von der Romy ist Zahnarzt. Hab ich deswegen Zahnmedizin studiert. Das ist richtig. Ich muss gar keinen Bauern heiraten. Na, Anna, so hab ich das nicht gemeint. Du willst doch den Hof. Der Ludwig, der ist halt einfach nicht der Richtige. Doch. Er ist genau der Richtige. Ludwig, du kannst wieder raufkommen. Dann hab ich sie jetzt tot gebissen. Ja. Du musst gar nicht mehr essen. Ich hab auch schon einen Wurm gegessen. Und? Schmeckt's wie einen Wurm? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war sieben. Anna, jemanden wie dich hab ich noch nicht kennengelernt. Du bist wirklich so unkompliziert. Ach. Ich bin total kompliziert. Glaub mir, ich weiß, welche Frauen kompliziert sind. Ja? Sag mal! Ja. Ähm... Anna, das ist, äh... Lina. Lina. Ja. Lina, das ist Anna. Schöner Abend noch. Ja. Kannst du das bitte abholen? Okay. Ja, das war Lena. Lina. Lina, ja. Lina war L.A. Stop over Philadelphia. Wir arbeiten zusammen. Arbeiten. Okay. Du denkst, ich bin ein Arsch. Also, wenn du gehen willst, ich kann's verstehen. Ich hab Hunger. Was ist also... Violetta? Hast du schon dreimal bei mir gekauft? Hast du was mitgezählt? Kann auch nur zweimal gewesen sein. So, ich glaube, es ist Zeit für ein Geständnis. Anna? Ich koch nicht. Kann gar nicht kochen. Meine Küche ist zu klein und ich hab mich mal ein Kartoffelschillmesser. Aber warum hast du denn dann das ganze Gemüse bei mir gekauft? Scheiße, jetzt mach schon auf. Wer ist denn da? Ich bin's. Anna? Ja, mach auf. Was du für Sachen machst. Dein Vater hat übrigens angerufen. Der wollte dich irgendwas fragen. Ich hab erst gar nicht kapiert, wovon er red. Oh Gott. Dann irgendwann schon. Ich bin ja nicht blöd. Aber du musst mich schon einweihen, wenn du sowas machst. Es tut mir leid. Hallo. Der ist Pilot. Du suchst einen Bauern. Einen Bauer. Ich weiß, dass ich einen Bauern suche. Deswegen bin ich ja auch gegangen. Es war eine Nacht. Er ist nicht drin. Das war's. Richtig. Sag mal, wie war's eigentlich mit Ludwig? Gut. Gut war's. Also kein Idiot? Nein, kein Idiot. Sowas von kein Idiot.